So, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Sport ist Mord. Ja, wie eigentlich schon in den letzten beiden Parts, habe ich immer noch ein kleines Problemchen. Und zwar, mein Internet funktioniert immer noch nicht richtig. Aber eine Entschädigung habe ich schon mal. Ich habe auf den Wunsch vieler Leute Diego Costa verkauft, weil viele gesagt haben, der ist jetzt auf den Zenit, der wird nicht mehr mehr steigen, der fällt nur noch. Also habe ich Diego Costa für knapp 1,15 Millionen verkauft. Ist in Ordnung, weil ich ihn damals gezogen habe. Was ich auch noch schön verkauft habe, ist den Chiellini-Inform für 300k sofort. Den habe ich damals für 88k verkauft. Jetzt will ich nochmal gucken, dass ich hier den Rodrigo loswerde. Für den habe ich, ja, den habe ich gezogen damals im ersten Team der Woche. Brauche ich nicht, so stark ist er nicht. Was wiederum aber gar nicht geht. Und wofür ich momentan immer noch wirklich einen kleinen Hass auf EA habe. Ihr seht es, unten links steht Startpreis 780, Sofortkaufpreis 820. Äh, ja, 820. Und jetzt, wenn ich ihn neu anbieten würde, stellt er ihn für den Preis rauf, für den ich ihn gekauft habe. Damit habe ich mir schon so krass das Bein gestellt, mit ein paar Spielern. Es ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, warum das EA jedes Mal so macht. Es ist einfach total beschissen. Es ist mir ein Rätsel. Und es ist einfach total verbuggt, sage ich mal, in der Hinsicht. Aber naja, was soll's. Aubameyang soll nun auch noch weggehen. Dann kommen wir nochmal auf die 3 Millionen zu. Und dann fühle ich mich schon, sage ich mal, ein bisschen sicherer. Die Gewinnspanne kann sich dann dementsprechend eigentlich sehen lassen. Aber, gut, sei's drum. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder verkauft? Achso, ja, der Chiellini. Chiellini kann weg. Brauche ich nicht. Ich habe Naldo-Informen, mit dem bin ich zufrieden. Und der Rodriguez kann auch weg als rechter Mittelfeldspieler. Und dann wollen wir mal wieder ein paar Packs öffnen. Ja, warum wieder mal ein paar Packs? Ich habe jetzt von Kabel Deutschland die offizielle Ansage bekommen, dass ab nächste Woche wieder alles besser werden soll. Sonst bekomme ich dementsprechend eine Entschädigung. Ihr seht's immer noch an meiner Bilanz. Ich kann nicht spielen. Ich kann momentan. Das ist noch viel schlimmer. Ich kann mir nicht mal YouTube-Videos angucken. Ich kann nichts machen. Wirklich nicht. Es ist schrecklich. Wenn ich von der Arbeit komme, gerade abends, und ich will abends irgendetwas auf YouTube mir anschauen, keine Chance. Ich kann die Videos nicht mal auf 720p laden. Das funktioniert nicht. Die Videos lade ich auf der Arbeit hoch, beziehungsweise von der Arbeit aus hoch. Und es ist einfach nur zum Kotzen. Naja gut, ist eben so. Lässt sich nicht dran ändern. Aber wie gesagt, stets bemüht, dass ihr wenigstens ein bisschen was zu Gesicht bekommt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier jetzt schon mal wieder ein paar mehr Münzen habe. Damit kann man doch schon mal einiges machen. So, aber ich ziehe wirklich in der letzten Zeit nur Kacke. Das ist halt irgendwie leider so. Jetzige Team der Woche, ich würde sagen mit Müller oder gerade mit Tavis, kann man nicht meckern. Sieht schon richtig schick aus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier auch nur ansatzweise irgendetwas ziehe, was auch nur halbwegs gut sein könnte, ist so gering. Dafür ist das Glück momentan nicht auf meiner Seite. Ich werde es auch wieder Kabel Deutschland in die Schuhe schieben. Ist eben einfach so. Aber ja, was halt am ärgerlichsten ist, dass ich hier nicht spielen kann. Für die Leute, die auch wissen, dass ich ein bisschen LOL spiele, dank meinem Internet, habe ich nicht mal die LOL-Promo, äh, die Gold-Promo geschafft. Und ich hing in Silber 1 mit 100 LP fest. Also das ist, denke ich mal, aussagekräftig genug. Habe zwar auch zweimal oder dreimal die Gold-Promo verkackt, aber nichtsdestotrotz hätte ich noch, ja, knapp zwei Wochen Zeit gehabt, beziehungsweise über eineinhalb Wochen Zeit gehabt. Und es ging einfach nicht wegen meinem Internet. Jetzt ist die Season vorbei. Ich habe einen Silberrahmen und ja, ich habe Pech gehabt. Und wir ziehen Cahill. Cahill, na gut, Cahill könnte ein ganz kleines bisschen was wert sein. 7K. Dann balte ich den erstmal. Fitnesskarte komplett. Hüter als Trainer. Deutscher Trainer sagt mir nichts, aber ist auch scheißegal. Ansonsten hoffe ich, dass bei euch alles in Ordnung ist. Ich bin hier schon wieder ein bisschen müde. Ich bin heute oder dann gleich mal wieder auf dem Weg zur Arbeit. Aber dann ist endlich Wochenende. Und das ist dann doch schon mal Gold wert. Mal gucken, was ich heute mache. Muss ich mal sehen. Weil, ja, Streamen ist halt leider unmöglich. Da muss ich nicht mal ansatzweise den Gedanken daran verschwenden, das zu probieren. Die Enttäuschung der meisten Leute wäre einfach viel zu groß. Und, also, dass es dann halt wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Dementsprechend muss man das alles ein bisschen zurückdrausteln, ein bisschen zurückschrauben. Coke. Na Mensch. Auch der bringt kein Glück. So, der Rest werde ich bald nochmal ausprobieren. Der war leider ein Jahr lang verletzt. Hat sonst immer, jedes Jahr ein Inform bekommen oder sogar ein Team of the Season. Seit FIFA 11. Richtig, richtig cooler Spieler eigentlich. Lässt sich richtig geil spielen. Aber, letzte Saison hat verletzt gewesen. Dementsprechend hat er, glaube ich, ein Downgrade bekommen oder so. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Naja, Drimmitsch. Ja, auch dieser sieht dieses Jahr gar nicht mehr so schlecht aus von den Werten her. Wahrscheinlich darf man Leverkusen eh keinen Vorwurf machen. Die haben schon ein paar nette Einkäufe getätigt. Und sind auf jeden Fall relativ gut aufgestellt. Und. Oh, tut mir leid, dass ich gerade so gehen. Und das ist immer ganz, ganz schlimm. Wenn man morgens aufsteht, noch nichts getrunken hat. Sich direkt an den Rechner setzt. Und auf einmal anfängt, wie blöd herauszureden. Das ist immer. Mein Körper kommt damit gar nicht klar. Der bricht immer komplett zusammen. Ich muss dann immer gehen und ohne Ende. Also verzeiht es mir bitte in der Hinsicht. Aber. Ja, was soll ich großartiges machen? Geht halt nicht anders. Irgendwann. Beziehungsweise früh oder später muss ich ja den Kram aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Münzen ich hatte. Ich öffne jetzt einfach noch ein paar Packs. Das Ganze dient halt A dazu, dass A ein Part von mir kommt. Äh. B. Ich euch. Trotzdem irgendwie im besten Fall ein bisschen unterhalten kann. Und Pack Openings sind ja immer gar nicht so unbeliebt. Problem ist, ich ziehe halt einfach nur Scheiße. Das ist halt das, was echt traurig ist. Son. Was hat denn Son? Ist der... Ist der was wert? Oh ja. 1.500. Höchstens. Aller aller höchstens. Die Werte sind auch gar nicht so schlecht. Aber gut, dann schieben wir ihn halt ab. Ist dann halt so. Und ja, was geht hier sonst noch? Komm, zeig dich blind. Oh, was. Schafft auch gar nichts. Gar nichts. Aber naja, ich freue mich schon tierisch auf die Upgrades, die bald im Januar kommen werden. Und generell auch das Team of the Year. Soweit ist das gar nicht mehr weg. Ähm. Auch wenn immer viel um blöd rumdiskutiert wird, wer Spieler des Jahres wird und wer es denn verdient hätte. Ähm. Natürlich hätte es auf eine Art und Weise mit Sicherheit ein deutscher Spieler verdient. Keine Frage. Weil Weltmeister geworden. Etc. Aber. Ich gehe stark davon aus, dass auch immer Vermarktung der einzelnen Spieler eine große Rolle spielt. Und einfach die Spieler mit einer Torstatistik. Äh. Mit der besten Torstatistik einfach die besten Chancen haben. Und das ist halt in dem Fall. Also Messi würde ich wahrscheinlich nicht mal unter die besten drei zählen. Einfach Ronaldo. Messi ist ein bisschen eingebrochen. Ronaldo ist konstant auf sein 120%. Wer? Oh. In Form. Ja. Long. Long ist sogar was wert. Und ich werde ihn behalten. Weil er coole Werte hat. Oh. Geil. Schön. Warum freue ich mich über Long? Genau aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe. Long hat richtig geile Werte. Die Non-Rare-Karte ist OPSL. Auch wenn ich nicht wirklich... Ja gut. Ich glaube, ich verkaufe ihn. Weil ich kann... Ich kann eh nichts mit ihm anfangen. Das ist das Problem. Aber um kurz beim Thema zu bleiben. Äh. Wenn man auch die Spiele von Madrid guckt, weiß man, dass Ronaldo nicht nur egoistisch ist und da durchläuft und seine Tose schießt. Äh. Gibt auch genügend Situationen, wo er querlegt, wo er selbst Vorlagen vorbereitet oder einfach so steht, dass er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck ist. Und das schafft auch nicht immer jeder. Gut. Muss einfach mal kurz so gesagt sein. Der hat 45k liegt da momentan ungefähr. Und ich denke mal, wahrscheinlich so 30 sind realistisch. Weil die momentanen Preisen, die hier auf dem PC-Markt herrschen. Ich gucke es nochmal kurz andersweitig nach. Aber ich glaube, kann ich ihn noch behalten. Das ist dann... Ja. Nicht so wild, würde ich einfach mal behaupten. Ja. Sind gar nicht mal so viele auf dem Markt. 48, 35. Ja gut. Ne. Dann behalte ich den in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal mit ihm spielen kann. Aber wir haben einen Inform gezogen, liebe Freunde. Das ist doch schon mal richtig schön. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Und es ist kein Katastropheninform. Das ist auch nochmal ein Stück besser. Muss nochmal sehen. Muss man mal sehen, wann man ein Spiel mit ihm hinbekommt. Na gut. Sei es drum. Ich belasse es jetzt hierbei. Bei der Aussage, die ich in den Raum werfe. Dass ich der Meinung bin, dass Ronaldo es sich wahrscheinlich schnappen wird. Den Ballon d'Or. Wobei, hey. Es ist eine Auszeichnung, die eigentlich jedem egal sein könnte. Ich sag es mal so. Ich werde lieber Weltmeister, als wenn ich den Ballon d'Or gewinne. Aber ich meine, es geht jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen um den Prestige. Messi, Ronaldo. Wer, wenn beide aufhören, sind ja vom Alter nicht so weit her. Der auseinander, äh, das häufigst oder die häufigsten Male Weltfußballer geworden ist. Etc. Und ja, ich glaube, darum geht es da mehr oder weniger, ne. Prestige, Prestige, Prestige. Na gut. Sei es drum, liebe Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und vor allem ein schönes Wochenende. Starte gut hinein. Wünsche mir das Beste, dass mein Internet bald wieder funktioniert. Und wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder. Bis dahin. Haut da rein. Vergleiche an dich nicht match. Ja. Aber ein jresport. Amtzi, äh.